Hallo, mein Name ist Arno Schaffner und ich bin der Erfinder von der Knödelhexe. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie einfach die Knödelhexe funktionieren. Die Knödelhexe ist in zwei Ausführungen und in vielen Farben erhältlich. Sie besteht aus einem lebensmittelneutralen Kunststoff und ist leicht zu reinigen. Den handelsüblichen Klosteig öffnen. Die Knödelhexe nun mittig auf den Klosteig legen und durchdrücken. Jetzt wird die Knödelhexe wieder aus dem Klosteig entnommen. So erhalten wir sechs exakt gleich große Portionen, die wir nur noch zu Klösen formen. Hexhex, ein super Ergebnis, das ich sehen lassen kann. Die Klöse geben wir nur noch in das kochende Wasser und beachten die Garzeit. Übrigens, durch die gleichmäßige Größe der Klöse sparen sie auch Energie. Noch lecker servieren. Und fertig. Die Knödelhexe. Perfektes Portionieren. Einfach zu bedienen. Einfach zu reinigen. Die Garzeit der Klöse wird optimal eingehalten. Spart Energie durch gleichmäßiges Garen. Und mit der Kids Knödelhexe können Kinder mithelfen beim Kochen. Die Knödelhexe ist ein ideales Geschenk für jeden.